Jetzt, Herr! Selig ist die Mutter, die dich geboren und genährt hat. Selig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und befolgen. Herr, lehre uns beten, so wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Wenn ihr betet, so sprecht. Vater unser, der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen und vergib uns unsere Schuld. Denn auch wir vergeben jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vor langer Zeit sagten die Propheten in den Schriften der Bibel voraus, Gott würde den Messias senden, um die Sünder zu erretten und sie mit Gott zu versöhnen. Das Leben Jesu, des Messias, beweist klar, dass er wahrhaftig der Erlöser ist, den Gott der Welt verheißen hatte. Der Prophet Jesaja schrieb, eine Jungfrau wird ein Kind empfangen und einen Sohn gebären. Und so geschah es. Durch die Allmacht Gottes wurde Maria schwanger und gebar Jesus, obgleich sie Jungfrau war. Wie in der Heiligen Schrift steht, war diese wundersame Geburt Gottes Zeichen dafür, dass dieses Kind der Messias war, den er seinen Sohn nannte. Durch Jesu Leben und Wirken erkannten die Menschen Gottes Natur und Allmacht. Jesus heilte Kranke und vergab ihnen ihre Sünden und versprach ihnen einen Platz in seinem ewigen Reich. Jesus opferte sein Leben und nahm die Strafe für die Sünden aller Menschen auf sich. Dann erwachte er wieder zum Leben, was beweist, dass der Tod keine Macht über ihn hat. Jesus, der Messias, sagte, ich habe die Macht, mein Leben hinzugeben, und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Das Leben Jesu verlief so wie von den Propheten vorausgesagt. Dies beweist, dass Gottes heiliges Wort der Schriften wahrhaftig und unverändert ist. Es ist, wie die Propheten sagten, das Wort des Herrn ist rein, ohne Sünde, dein Wort, o Herr, ist ewig. Jesus, der Messias, sagte selber, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Am Anfang schuf Gott den Mann und die Frau, damit sie glücklich in seiner Gegenwart lebten. Aber sie misstrauten Gott und missachteten sein Gebot. Diese schändliche Tat trennte sie von Gott. In der Bibel steht, alle Menschen sind Sünder und der Tod ist die Folge der Sünde. Menschen, die gesündigt haben, können nicht in der Gegenwart Gottes leben. Aber so wie Gott einen Widder als Opfer sandte, so hat er auch Jesus gesandt, damit dieser für Adams Nachkommen sterben sollte. Sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung stellte die Verbindung wieder her zwischen Gott und all denen, die auf ihn vertrauen. Petrus, ein Jünger Jesu, legte dar, Jesus ist der, von dem die Propheten sagten, Gott wird denen ihre Sünden vergeben, die an ihn glauben. Daher werden die an Jesus Glaubenden dem Gericht entgehen und ewig bei Gott im Paradiese wohnen. Als Jesus von den Toten auferstanden war, sprach er zu seinen Jüngern, es werden Menschen in meinem Namen in aller Welt verkünden, dass Gott denen die Sünden vergibt, die sich ihm zuwenden. Jesus sagte auch, er würde den Jüngern den Heiligen Geist Gottes senden, zur Erkenntnis der Wahrheit und zur Stärkung für ein Leben nach dem Willen Gottes. Als die Sünderin bereute und Jesu Anhängerin wurde, sagte er, deine Sünden sind dir vergeben, weil du dich mir anvertraut hast. Jesus sagte auch, wenn jemand Gott aufrichtig liebt, zeigt er damit, dass Gott ihm seine Sünden vergeben hat. Jesus rief die Menschen dazu auf, ihm nachzufolgen. Als der Verbrecher am Kreuz zum Glauben an Jesus fand und ihn bat, ihn zu retten, sagte Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wer sich entscheidet, Jesus zu folgen, kann die neue Beziehung mit diesen Worten beginnen. O Gott, Herr des Universums, du bist heilig und erhaben. Ich danke dir für deine väterliche Liebe. Ich bereue, dass ich deine Gebote missachtet und gesündigt habe. Ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast, um für mich am Kreuz zu sterben und dass er wieder auferstanden ist. Ich danke dir, dass er die Strafe für meine Sünden auf sich genommen hat. Ich will nach deinem Willen leben und nehme Jesus an als meinen Erlöser und Herrn. Ich danke dir für die Vergebung meiner Sünden und dafür, dass du mir den Weg zum ewigen Leben in deinem Reich eröffnet hast. Ich bitte dich, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, damit er mich begleite und deinen Weg für mich zeige. Er stärke mich darin, dich von ganzem Herzen zu lieben und ein Leben zu führen, das dir gefällt. Jesus, der Messias, sagte von seinen Jüngern, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Die an Jesus Glaubenden pflegen ihre Gemeinschaft, sprechen täglich mit ihm und studieren seine Worte in der Bibel. Sie streben danach, seinem Beispiel zu folgen und geben seine Liebe weiter an andere in Wort und Tat. Jesus führt sie und stärkt sie mit der Kraft des Heiligen Geistes, der in ihren Herzen wohnt. Sie beherzigen Jesu Worte an seine Jünger, die er ihnen sagte, als er auf einer Wolke zu seinem Thron im Himmel aufstieg. Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!